Ich bin euer Eddy und heute geht es um die 25 mm. Die könnt ihr im Tonkopf ganz klassisch mit Alufolie oder auch mit einem Kamin oder zusammen. Das bleibt euch überlassen. Der Einlochkopf, ihr kennt ihn, der mit einem Loch hier. Den rauchen wir im nächsten Step. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.